Kurze Info für alle, die ein Problem mit Netcom BW haben und derzeit über Netcom BW eben kein Internet nutzen können. Und zwar kann man das Problem relativ simpel beheben, weil momentan scheint Netcom BW einfach nur ein Problem im DNS-Server zu haben. DNS heißt Dynamic Name Server. Das ist ja so eine Art Datenbank, wo das Internet dann weiß oder wo dann der PC weiß, wenn ich Google.de eingebe, welche IP-Adresse verbirgt sich denn dahinter. Naja, wie dem auch sei, ihr könnt das Ganze einstellen, wenn ihr in eure FRITZ!Box geht und dann unter Internet Zugangsdaten und hier hinten habt ihr den .dns-Server. Unter Umständen müsst ihr hier von Ansicht Standard, glaube ich, ist die normale Ansicht draufklicken und dann geht es auf Ansicht erweitert. Dann geht er hier auf DNS-Server und dann ist standardmäßig das so eingestellt und dann klickt er hier einfach drauf andere DNS-Server V4 verwenden und dann könnt ihr zum einen den DNS-Server von Quad9 nehmen, das ist der hier, 4 mal die 9 oder ihr verwendet den von Google, das wäre 4 mal die 8 oder 8844 und das tragt ihr hier dann so ein. Dann natürlich auf übernehmen klicken und dann müsst ihr mit dem Telefon eine Nummer, das steht aber hier dran, das Ganze bestätigen und somit funktioniert das Internet dann wieder. . . . . .